Übungsbuch, Ein Kurs in Wundern, Kreuthof Verlag, Nummer 13, Was ist ein Wunder? Seite 474 Ein Wunder ist eine Berichtigung. Weder erschafft es, noch verändert es tatsächlich überhaupt. Es schaut lediglich auf die Verwüstung und erinnert den Geist daran, dass falsch ist, was er sieht. Es hebt den Irrtum auf, doch versucht es nicht, über die Wahrnehmung hinaus zu gehen, noch die Funktion der Vergebung zu überschreiten. So bleibt es innerhalb der Grenzen der Zeit. Doch ebnet es den Weg für die Rückkehr der Zeitlosigkeit und das Erwachen der Liebe. Denn die Angst muss vor dem sanften Heilmittel, das es bringt, entschwinden. Ein Wunder enthält die Gabe der Gnade, denn es wird als Eins gegeben und empfangen. So illustriert es das Gesetz der Wahrheit, dem die Welt nicht gehorcht, weil sie der Wahrheit Wege überhaupt nicht versteht. Ein Wunder kehrt die Wahrnehmung, die vor dem auf dem Kopf stand, um und also macht es den seltsamen Verzerrungen ein Ende, die Manifest waren. Jetzt steht die Wahrnehmung der Wahrheit offen. Jetzt wird die Vergebung als gerechtfertigt gesehen. Die Vergebung ist das Zuhause der Wunder. Die Augen Christi übergeben sie an alle, auf die sie in Barmherzigkeit und Liebe schauen. Die Wahrnehmung ist in seiner Sicht berichtigt und was verfluchen sollte, ist gekommen, um zu segnen. Jede Linie der Vergebung bietet aller Welt das stille Wunder der Liebe an. Und jede wird vor das Wort Gottes hingelegt, auf den universellen Altar für den Schöpfer und die Schöpfung im Licht vollkommener Reinheit und endloser Freude. Das Wunder wird zuerst durch Glauben angenommen, weil darum Bitten implizit besagt, dass der Geist vorbereitet worden ist, sich das vorzustellen, was er nicht sehen kann und nicht versteht. Doch wird der Glaube seine Zeugen bringen, um zu zeigen, dass das, worauf er beruhte, auch wirklich da ist. Und also wird das Wunder deinen Glauben an es rechtfertigen und zeigen, dass es auf einer wirklicheren Welt beruhte, als das, was du vor dem sahst. Auf einer Welt, die von dem erlöst ist, wovon du dachtest, es sei dort. Wunder fallen wie Tropfen heilenden Regens vom Himmel auf eine trockene und staubige Welt, wohin hungernde und dürstende Kreaturen kommen, um zu sterben. Jetzt haben sie Wasser. Jetzt ist die Welt grün. Und überall sprießen die Lebenszeichen, um zu zeigen, dass das, was geboren ist, nie sterben kann. Denn was Leben hat, hat Unsterblichkeit. Denn was Leben hat, hat Unsterblichkeit. Vielen Dank.